Und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 53 bei The Outdoor Worlds. Hallo, ich bin der Kevin und bei mir ist der liebe Matze. Grüß dich Matze. Hallihallöchen, du alter Hutjäger hier. Hutjäger? Naja, weil du durch letzte Folge deinen heiß ersehnten Hut bekommen hast. Apropos, um was ganz anderes, was mir gerade einfällt, weil ich die Anmod gemacht habe, vor, ich glaube, fünf oder sechs Folgen oder so, habe ich meine übelsten nice Anmod gemacht und du hast gesagt, dass du, wenn du das Ruder wieder übernimmst, auch so eine nice Anmod machst. Ich warte heute noch drauf. Ja, das ist so eine Sache, ne? Ich warte heute noch drauf. Ich glaube, das habe ich auch mal unter irgendeiner Folge kommentiert oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ah, jetzt weiß ich es. Ja, 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 ich habe mich nicht verstanden und habe ihn ignoriert, aber jetzt ergibt das Sinn. Toll, danke. Wir waren da irgendwie im Bessentium und ich habe eine coole Anmod gemacht. Du meinst, oh, da bin ich unter Druck, muss ich auch machen. Und du hast einfach nichts gemacht. Du hast einfach ganz normal weitergemacht das nächste Mal. Es waren ja nicht meine letzten Folgen. Ich habe ja nie gesagt, dass es in der nächsten Folge eine geile Anmod gibt. Naja, aber weiß ich nicht. Das hat mich halt irgendwie da drin verletzt, weißt du? Okay. Könnte ich dich mit einer jetzt noch besseren Anmod bei meiner nächsten Folge wieder aufhalten? Ja, aber, also ich kenne die ganze Save, das habe ich mir nur vergessen. Ja, ich weiß nicht. Das ist immer ehrlich, komm. Das wird doch jetzt nix hier. Das wird doch Save nix. Könntest du, aber sind wir ehrlich. Du wirst nicht dran denken. Bleiben wir realistisch. Ich habe übrigens jetzt währenddessen, die Zuschauer haben es gemerkt, du weiß ich nicht, eine neue Quest ausgewählt. Und zwar hier in Bessentium. Ja, du hast ja gesagt, wir müssen in Nacht mit Bessentium vor allem. Ich glaube, ich habe es heute komplett falschen Mitstreiter, aber... Das ist egal. Ich habe wieder mal alle auf mich gehetzt hier. Wie immer. Ich lasse den mal leben. Der hat mir nix getan. Ja, noch nicht, weil er dich nicht gesehen hat. Er würde dich aber töten, wenn er es könnte. Wer ist denn hier am Ausrasten die ganze Zeit? Weiß ich. Hört sich an wie ein Löwe. Was ist das denn? Er ist weg. Egal. Das ist geil, dass die Leiche da immer noch liegt, ne? Also Props an die Stadtreinigung hier. Ja, haben sie echt gut gemacht. So, müssen wir hin. Müssen wir eigentlich in der Stadt bleiben? Also ich muss bis davor. Okay, aber ich laufe jetzt mal. Muss ich da wieder hoch? Ja, ne? Ja. Ich habe den Weg. Auch ohne Matze, der meine indirekten Hilferufe einfach ignoriert. Ja, ne? Du hast mir ja... Weißt du, du bist tief verletzt, weil ich meine Anmod vergessen habe. Aber ich, weißt du, der Stachel sitzt so tief, dass du mir meinen Cliffhanger in der letzten Folge da einfach aus der Hand gerissen hast. Der sitzt so tief. Aber es war im Endeffekt... Da kannst du jetzt nicht hoffen, dass ich dir hier als Navigationssystem zur Seite stehe. Aber es war im Endeffekt so lustig und auch gut, dass ich das so gemacht habe. Also, weiß ich nicht. Ja, das mag ja sein, ne? Aber nur weil du Glück hattest, macht das ja das Unrecht nicht wieder gut. Ja, das ist richtig, aber still. Also, ich bin echt deep in mein Haar, richtig, richtig hart verletzt davon. Ich habe mich sogar quasi noch entschuldigt am Ende der Folge. Also, das muss ja wohl reichen. Zeit heilt alle Wunden, Kevin, aber es ist noch nicht so weit. Oh Gott. Ist erst eine Woche her. Ist so. Da bin ich noch nicht drüber hinweg. Ich meine, ist so. Sind die Wunden wieder offen? Oh Gott. Wo ist mein Wadgang? Während Matze seine Wunden heilt und leckt und was auch immer damit macht, machen wir hier weiter. Guten Tag. Willkommen. Okay, cool. So viel Positivity in der Halle, die wahrscheinlich ein bisschen nach Verwesung riecht. Das ist doch wundervoll. Oder? Vor allen Dingen, Arti, Clio, da haben wir so einen miesen Ruf. Wenn die wüsste, dass ich da so einen miesen Ruf habe, ich glaubte, die wären sie nicht mehr so nett. Ist verblüffend, ne? Dass er das nicht rausfinden kann. Normalerweise müsstet ihr uns ja bloß in den Rechner eintippern und müsstet ihr sehen, was für ein krass asoziales Pack wir sind. So, erst mal nachladen, für alle Fälle. Hier oben dürfte nichts mehr sein, da hab ich schon sauber gemacht. Aber das ist verschlossen. Muss da außen rumgehen. Hallo. Ach, ich muss ja das Terminal hier. Da war ich da auch schon mal. Minister Clarks Nachricht zur Erde schicken. Nachricht wurde versendet. Die Übermittlung wird voraussichtlich zwischen drei und neun Monaten dauern. Ja, dann reicht's ja. Hast du jetzt auch in dem Wissen gehandelt, wieso du die Nachricht... Oder warst du damit auslöst, die Nachricht zur Erde zu schicken? Oder hast du es einfach gemacht, weil es im Quest-Lot steht? Ich glaub, es war ein Hilferuf, oder? Ja, hoffentlich, ne? Weil jetzt hast du ihn abgeschossen. Es war eine Nebenquest, es gab BP. Ja... Du kannst ja nochmal suchen währenddessen, wie die hieß. Also, ne? Ja. Hier, sag mal, das mit dem Outfit. Ikonoclast. Plünderer und Spacer. Haben wir da was dafür schon? Ne, ne? Ich glaube nicht. Weil wir haben in letzter Zeit viel gesammelt. Wo steht denn das überhaupt? Ach, hier, Ikonoclast. Ja, keine Ahnung, was jetzt hier Plünderer und Spacer ist. Ich glaub, wenn wir was... Wenn wir das schon voll hätten, würde doch die... Oh Gott. Also, ich muss sie ansprechen, während ich das trage. Das sieht doch aus wie Plünderer, oder? Müsste das nicht dabei stehen? Na, tut's ja nicht. Hier steht Ikonoclastenhelm. Aber hier steht gar nix, zum Beispiel. Hm, reicht ein Helm? Jeweils Rüstung und Kopfbedeckung der folgenden Sets. Ach so, Rüstung und Kopfbedeckung. Also, ein Helm und ne Rüstung noch dazu. Boah, das ist ja... Woher weiß ich jetzt... Ach, hier, das ist ne Ikonoklastenrüstung. Wo siehst du das? Da steht, Ikonoklastenrüstung. Da unten. Also, kann ich das schon mal... Das eine kann ich abschließen. Na ja, dann. Na ja, go for it. Dann müssen wir auf Shopping-Tour gehen, ne? Müssen wir mal ein bisschen Klamotten kaufen hier. Dann müssen wir ein bisschen posieren hier. So, wo ist denn die Dame? Irgendwo da unten. Gehen wir raus. Zum Glück habe ich in letzter Zeit nix verkauft. Ich habe den ganzen Schnatter mitgenommen. Du ja auch. Also, haben wir nix verkauft. Ich glaube, so klingt es besser. Bevor ich jedes Mal sage, ich und du. Einfach wir draus machen. Das ist verblüffend eindeutig. Oder? Aber stand halt nur bei den Ikonoklasten dazu. Bei den Lander steht einfach nix. Na und ihr so? Naja. Die bewegen nur die Münder. Ich glaube, die simulieren einfach nur Arbeit. Denkst du, die sagen gar nichts richtiges, oder was? Wir wollen so tun, als ob. Vermutlich. Einfach nur, um das monatliche Gehalt halt abzustauben, ne? Ja. Felix hat nachgedacht. Ich glaube, du musst mal mit dem reden. Ich will aber nicht. Alter. Ja, was ist denn? Du weißt, sie werden ein Serial über unsere Erinnerungen machen. Ja. Siehst du, das war eine wichtige Info. Ich mag den Sound des Skip-Job. Nein, 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 warte. Ich habe es. Hoffnung in dunklen Zeiten. Du weißt, Hoffnung? Hoffnung. Wie das Schiff. Das ist ein Mann im Geschäft, der das Wort-Player nennt. Äh, ja. Wow, Felix. Und doch, klar sind wir die Helden in der märchenhaften Geschichte. Also, das verstehe ich jetzt nicht. Drittens. Hm. Ist schon mal nicht schlecht, Felix. Hast du auch noch einen Titel für die Serie an sich? Ja, ich habe mich über das gedacht. Ich habe eine Liste hier. Erinnerungsgeschichte von der Unreliebenden. Oder vielleicht, Spine-chillen-Storys von der Bühne des Systemen. Was also considering Astounding Adventures in the Other. Ich bin Teil für das letzte Mal. Ja, das ist auch. Hahaha. 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 Ich finde die Antworten hier gerade alle blöd. Ja, du musst aber eine auswählen. Na gut, also cool, dass du Spaß dran hast, aber wir haben einen Job zu machen. Ja, wir haben einen Job zu machen. Wir haben einen verlassenen Köln-Schein und haben ihn direkt in die Räume von Terra 2. Genau. Erstmal gehen wir ein Klamotten kaufen, Felix. Das wird großartig sein. Ich kann nicht warten. Oh, mag deine Einstellung, Felix. enough to boost my pay? I'm just kidding, boss. I know you don't pay me. I'm sure you've got plans to make. As for me, I got keep practicing my signature dropkick. The hope might have cameras. Ah, das war ein cooler Move. Weißt du, Felix könnte so sympathisch sein, wenn er mir das eine Mal nicht so reingegritscht wäre. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, aber es hat mich nachhaltig in der Beziehung zu ihm gestört. Das war bei einer Quest und ich glaube, er hat nicht irgendwie direkt dich angesprochen, sondern irgendwie den NPC neben uns oder so. Ach, richtig. Ich glaube, er ist mir ins Wort gefallen, als ich mit der reden wollte, ne? So war das. Oh, sowas, ja. Okay, jetzt bin ich wieder voll auf Hass getrimmt. Kack, Felix. Alles klar. Ruhig dich. Hast du gesehen, dass die gerade eine Waffe auf dich gerichtet hat? Hä, wieso? Aber warum? Ich schätze mal, unser Ruf ist hinreichend schlecht. Naja, wir können jetzt auch einfach den Schlüssel und die Bits nehmen und uns, ne, machen wir unser eigenes Ding. Aber. Nein, kein Aber. In der Stadt hassen wir uns alle, also wird kräftig zurückgehasst. Was haben sie sich verdient? Ich bin jetzt ein bisschen entrüstet, bin ich ehrlich. Ich brauche einen kurzen Moment, Matze. Übernimm mal. Ja, also während hier Seelsorge Kevin gerade mit seiner Fassung ringt, bin ich eigentlich relativ, relativ gut mit meiner Kontenance dabei. Ich weiß auch gar nicht, was das Problem ist. Ich meine, wir haben hier schon so viele Leute umgebracht, da kommt es auf die jetzt auch nicht mehr an. Oder hattest du eine besondere Beziehung zu ihr? Ne, eigentlich nicht, aber ich wollte jetzt die Quest machen und wollte... Ah, die Quest ist nicht gescheitert, oder? Es ist ja technisch gesehen sogar einfacher geworden, weil wir es uns einfach nehmen können und nicht mal drum fragen müssen. Ich weiß nicht. Steht ihr hier unter gescheitert? Doch. Verpackt. Das ist der allererste. Ach, krass. Wahrscheinlich ist das auch das, was mich gerade psychisch fertig macht. Keine 100% Matze. Okay, jetzt falle ich gerade auch in ein mentales Loch. Oder? Nichtsdestotrotz können wir uns natürlich hier bei Kleidungsstücken bedienen. Was mir absolut nichts bringt. Was will ich mit dem Fussel hier? Ah, das weiß ich nicht. Was will ich damit? Ne, ich will das nicht mitnehmen. Das erinnert mich zu sehr daran. Ich muss hier raus. Ne, ich kann jetzt nicht mehr. Okay, also vielleicht, möglicherweise haben wir es hier in Byzantium ein kleines bisschen übertrieben. Findest du? Ja, naja. Jetzt so retrospektiv betrachtet. Es fing ja alles damit an, dass du eigentlich eher versehentlich da auf dieses Gelände gegangen bist und dann die Leute auf dich gehetzt hast. Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat das eine Spirale der Vernichtung nach sich gezogen. Ja. Naja, was soll es schwamm drüber? Man kann nicht alles schaffen. Wir sind ja hier schließlich auch nicht, äh, weiß ich nicht, der Sammy vom Dienst. Mann. Ja, aber auch, auch das ist real, Kevin. Das ist richtig real. Aber das machen wir ja nicht nochmal. Wir laden ja nicht neu. Das ist jetzt einfach, es gehört zu unserer Geschichte. Und unsere Geschichte ist nun mal nicht einfach eine Story einfach nur von Siegen, sondern, es ist auch eine Story, wie man lernt, mit Niederlagen umzugehen. Boah, was laberst du, Junge? Möchtest du das Zepter zurückhaben? Möchtest du wieder reden? Ja, ja, besser ist es. Was für philosophischer Käse hier. Äh. Aber ja, es klang gut, was du gesagt hast. Ich weiß. Äh, ich meine, danke. War schon toll. Boah, jetzt machen wir der Hauptkurs weiter. Wir müssen zur Hope. Give me Hope to Anna und so. Die Hope. Ich meine, da hassen sie uns zumindest noch nicht. Noch nicht. Wir sind uns jetzt nicht überall verkacken. Du musst mich mit der Hope-Komm-Systeme damit ich sie zentralen Computer zu ermöglichen kann. Was passiert, wenn ich wieder umspringe? Wenn deine Kalkulatungen sogar etwas ausfallen sind, könntest du das ganze Kolonies-System in Terra 2 oder der Sonne oder der Sonne. Vergissbarkeit kann ein early warning sign der Asphyxierung wegen der Laufung der Pressurierung. Bist du dir so gut, Kapitän? Ich brauche, dass du die Power von unserem Schiff zu den Hope-Auxiliary-Generator hast du mich mit der Hope-Komm-Systeme damit ich sie zentralen Computer zu ermöglichen kann, den Skip-Drive zu ermöglichen. Das war's nur alles, danke. Wir brauchen ein neues Team. Oh mein Gott. Eines, was wir noch nicht hatten. Okay, eines, was wir noch nicht hatten. Was nehmen wir denn da als Startparameter? Wer hatten? Wen wir bis jetzt am wenigsten hatten. Auf alle Fälle, oder? Sam ist bis jetzt nicht oft vertreten, muss ich sagen. Okay. Sam und Nioka. Sam und Nioka. Ich glaube, die beiden kennen sich noch nicht, ja? Ja? Können wir so machen. Alles. Ne, doch, Nioka haben wir auch nur zwei. Okay. Passt. Also, außer, ich habe jetzt irgendwas übersehen. Ne, passt schon. Schreibst du hin jetzt? Wo sind wir denn hier? Auf der Hope. Ah, Hope. Dann haben wir hier Sam als Gruppenanführer und Nioka. Wir haben in letzter Zeit irgendwie oft Nioka dabei, ne? Also, Skylar bis Sandium hatten wir immer Nioka als Zweitcharakter. Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Ne, ich meine nur, das war nur milde interessant. Äh, ach hier. Wie können wir noch mal wegstecken? Äh, R gedrückt halten. Ich frage das jedes Mal, ich weiß. Ich weiß, alles gut. Das ist auch für mich Gedankentraining, damit ich mich halt immer wieder so kurz dran erinnere. Ah, ja, das war's. Ich will ja hier nett wirken. Joa, hat gut geklappt. Task failed successfully. Das war jetzt aber nicht meine Schuld. Also, ganz ehrlich. Na, jedenfalls nicht direkt, ja. Ja, auch nicht indirekt. Was soll ich denn machen? Ja, wie gesagt, das geht alles zurück auf diesen ein schicksalhaften Moment in Becentium, als wir uns mit der Konzernenführung richtig verschissen haben. Ist grad richtig schwer, dich zu verstehen, weil du im Discord übel abhackst. Okay, das ist schlecht. Aber zumindest ihr, liebe Freunde, könnt mich gut verstehen, denn ich nehme ja noch parallel dazu auf. Ja, ist nur für mich manchmal ein bisschen... Aber ich krieg das schon zusammenge... Kevin reißt sich das einfach aus dem Kontext. Das passt schon. Jedenfalls müssen die mich ja nicht hier auch hassen. Also es reicht aber, mich nicht auf dem einen Planeten hassen. Oder? Nee, ich glaube, der Hass ist mittlerweile global. Ja? Also... Globaler Hass. Global reicht ja nicht mehr. Wir reisen ja von Planet zu Planet. Der Hass ist interstellar. Okay. Okay. Cool. Ja. Ich habe jetzt erstmal Strom umgeleitet hier. Und jetzt verschaffe ich mir mal Zutritt. Danke. Das war jetzt gar nicht mehr so gut, wie du vielleicht dachtest. Aber ich habe ihm voll in den Kopf geschossen. Ja, das ist richtig. Aber er hat ja einen Schutzhelm auf und du hättest vielleicht vorher nachladen sollen. Oh, der vorletzte Level ab unserer Karriere. Das ist der Wahnsinn. Irgendwie, keine Ahnung, in letzter Zeit sammeln wir wirklich jeden Mist ein, aber wir sind nicht mehr übervoll. So. Das glaube ich, es liegt aber auch ein bisschen daran, dass wir viel auf stärker oder was das ist, geskillt haben, um mehr tragen zu können. Also wir haben uns quasi die Messi-Skills schon zugelegt. Nicht im Sinne von Fußball, sondern die echten Messis. Die ausziehen und den Saustall hinterlassen. Oder hacken? Ich finde beides nicht ganz unwichtig, weil beides ist glaube ich was, was wir mittelfristig brauchen können. Hau fünf auf beides, oder? Okay. Machen wir es so rum. So freundet er seine. Ich sehe nichts. Machen wir eine Tür auf. Mal aus hier. Wäre natürlich spannend, ob man sich auch die Hauptquest verbocken kann, dadurch, dass man beim Konzern einfach nur so verhasst ist. Ich denke, möglich ist alles. Ja, meinst du echt? Man kann sich den kompletten Spielstand an die Wand fahren, das wäre aber hart asozial. Achso. Nee, das nicht, aber halt, also nicht verbocken, dass es nicht mehr möglich ist, sondern halt Jeffrey. Ja, du meinst, dass es nicht mehr so läuft, wie es laufen sollte. Ja gut, das ist bei uns ja schon lange, das ist schon lange nicht mehr der Fall, dass es so läuft, wie es laufen sollte. Den Pfad, den haben wir vor einiger Zeit glaube ich verlassen, oder? Also spätestens seit du da den Wissenschaftler umgebracht hast. Das war glaube ich so Stunde Null, die Zäsur, die eingetreten ist. Immer bin ich's hier. Na, in dem Fall muss man so ehrlich sein und sagen, du hast den ersten großen Genozid veranstaltet. Das sagst du jedes Mal, ne? Also, man kann ja denken, du hältst mir das vor. Stimmt natürlich, ne? Aber wir kommen halt auch immer irgendwie auf das Thema zurück. Ja. Das zieht sich wie ein roter Faden hier durch. Naja, das wird sich das nicht jeder durchgelesen haben. Geffrey! Geffrey! Oh, ein nestvoller Jeffreys ist so schön hier. Alles klar. Genau, nur wo ich hier hinlaufe, ne? Hier ist ein Licht. Geh nicht ins Licht, Marianne. Was tut es? Wieso leuchtet es nicht blau? Ist so. Ich bin auf alle Fälle nicht da, wo ich sein sollte und ich find's gut. War das jetzt so eine allgemeine Lebenssituation von dir oder bezog sich das aufs Spiel? Das bezog sich das aufs Spiel. Kann ja sein, dass du sagst, du bist nicht da, wo du im Leben stehen solltest und du findest es geil. Ist ja okay. Ne? Ich weiß nicht, woher soll ich denn wissen, wo ich im Leben stehen sollte? Also. Ja, es gibt ja so gesellschaftliche Konstrukte, die manche Leute einhalten möchten. So. Ne. Es gibt ja Leute, die nehmen sich das dann als Maßstab. Tja, da fehlen wohl leider 20, wa? Ach, Gott schuld. Ich find's übrigens übelst verwirrend, dass der Grundriss von dem Ding hier ist fast 1 zu 1 der von der Groundbreaker ist. Also es lässt sich natürlich einigermaßen erklären, ne? Ist bestimmt gleiche Baureihe, dies, das. Aber andererseits wirkt's auch irgendwie ein bisschen uninspiriert. Ingenieursprotokoll, Hashtag CE17. Diese ganzen Verhungern-Geschichte ist echt nicht so toll, wie sie sich anhörte. Andererseits sind die Toiletten so sauer wie noch nie, seitdem wir abgelegt haben. Hat meine Arbeit echt einfacher gemacht. Thurston Stallworth, Reinigungsingenieur. Lizenz, Hashtag 34648432. Was für ein klangvoller Name. Ich meinst du Thurston? Thurston, man hat auch so einen tollen Nachnamen. Stallworth, irgendwie sowas. So, wie komm ich denn jetzt hier hin, Leute, schau's? Einfach mal Augen zu und durch. Ja, ich bin woanders hingegangen. Es ist nicht ganz deckungsgleich mit der Groundbreaker, aber es gibt halt so ein paar sehr ähnliche Elemente hier auf dem Ding. Ja. Und die Jeffrey-Population ist signifikant höher, was ich begrüße. Jeffrey. Jeffrey. Grüß euch. Kevin, du bist so ein guter Leser. Oder? Feinde! Hatten wir das Sturmgewehr eigentlich mitgeupgradet oder haben mir gesagt, das bin ich nicht mehr. Ich bin doch gar nicht sicher. Probier doch mal die Schrotflinte aus, die ich in der vorletzten Folge aufgebaut hab. Vielleicht bist du ja begeistert. Ich war noch nie ein Schrotflinten-Fan. Vor allen Dingen, weil ich nicht in der Lage bin, damit zu treffen. Ja, aber hier so im engen Häuser-Kampf möglicherweise änderst du ja deine Meinung. Na gut. Du willst nur, dass ich deine Schrotflinte einsetze. Ja. Ich hab mir übelst Mühe gegeben. Ich hab schon wieder eine Schlüsselkarte, was alles eigentlich relativ obsolet ist, weil wir sowieso uns überall durchballern. Na, aber bei Schlüsselkarten, das sind ja so Terminals, die man hacken muss oder halt Türen, die nicht aufgehen. Das ist schon noch relativ sinnvoll. Was wir hier nicht brauchen oder worauf wir hier nicht Acht geben müssen, ist, ob unsere Tarnung auffliegt, weil, come on. Wir sind sowieso in der Zentrum des Hasses hier. Das Zentrum, nicht der Zentrum. Den Zentralpunkt des Hasses, das wollte ich sagen. Och, Ada. Ich hätte jetzt Bock auf Mucke gehabt. Ja, echt mal. Ada hat auch so eine leicht sadistische Ader, ne? Na ja, definitiv. Finde ich nicht gut. Nee. Nee. Also nicht uns gegenüber. Oh na ja. Bin ich jetzt, bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Du bist jetzt im Kreis gelaufen, ja. Ja, super. Bis der Michael Schumacher der Weg finde. Ist das jetzt gut oder schlecht? Nimm's wie du willst, ne? Also einerseits, du bist relativ schnell mit im Kreis laufen, aber du landest am Ende halt trotzdem irgendwie da an der gleichen Stelle. Ah, ich hab noch mal Mac-Dietriche gefunden, also. Das ist super. Ich erinnere mich noch an die Zeit, Kevin, als Mac-Dietriche noch richtig selten waren und wir teilweise nicht mal Sachen aufknacken konnten, weil uns die Dietriche gefehlt haben. Und dann haben wir überlegt, Geben wir die jetzt aus? Lohnt sich das für diese kleine Box? Und meistens war die Antwort Nee. Eher nicht so. Und jetzt, jetzt schwimmen wir in den Dingern. Aber jetzt mal, wo geht's denn jetzt hin? Sag mal. Ich hab keine Ahnung, aber vielleicht kann der ja die Karte Aufschluss geben. Glaube ich nicht. Steuerungskonsole. Ja, toll. Wo ist die? Bist du dir sicher, dass die hier ist? Na, wo denn? Auf einem anderen Planeten, oder was? Na gut, okay. Der Marker zeigt schon irgendwo hier hin, ne? Also, zeigt dahinter, aber da hinten ist ja nichts. Kannst du mit der Schlüsselkarte hier vielleicht das Tor öffnen? Nope. Oh, startet ihr. Mein Latin ist gleich at the end. Jetzt schon. Ha! Siehste? Hab ich's doch gesagt. Ich meinte natürlich die Tür. Natürlich hast du das gemeint. Ein Riesen-Jeffrey. Und er hasst uns. Wieso? Oh. Wir waren immer so gut zu dir. Und deinen Leuten. Wieso? Okay, also das verletzt mich jetzt noch mehr als deine gecraschte Abmord letzte Folge. Dass Jeffrey uns tief im Inneren hasst. Tragisch. Das ist wie ein Haustier zu haben, weißt du? Und irgendwann stellst du schockiert fest, dass er sich die ganze Zeit gehasst hat. Ja. Naja, du lernst mittlerweile mit dem Schmerz umzugehen. Ich mache hier weiter. Danke für deine Anteilnahme. Gar kein Problem. Dafür bin ich da. Aber, also. Aber die Sache ist halt die, Kevin, ne? Ja. Weitermachen. Das ist etwas, was wir nicht mehr in dieser Folge machen werden. Denn die Zeit ist schon wieder vorbei. Und diesmal lasse ich nichts rankommen. Wenn du mir jetzt in die Abmoderation reincraschst, dann quitt ich den Stream, mach meine Audiospur aus und dann kannst du mal sehen, wie du das gerendert kriegst, ne? Das ist lustig, weil wir gar nicht streamen. Aber ja. Naja, du streamst ja das Bild zu mir, sag ich mal. Das ist eher so die symbolische Geste, weißt du? Das hat keine Auswirkung auf die Folge oder so. Ich will ja auch nicht die Zuschauer dafür bestrafen. Ich will ja dich dafür bestrafen. Und das ist nun mal der einzige Hebel, den ich hier habe. Das ist nicht viel, aber it's something. Ne? Aber wie dem auch sei, lieber Kevin, in der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir es zum Marker schaffen. Wir haben ja jetzt schon ein Stück des Weges geschafft. Den Rest kriegen wir dann noch hin. Und wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir bedanken uns fürs Kommentieren, falls ihr einen Kommentar da lasst. Falls nicht, dann müsst ihr das jetzt leider noch machen, damit euer Dank nicht ins Leere läuft. Ansonsten lasst gern ein Däumchen nach oben da. Und auch über ein Abo freuen wir uns immer sehr. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns und sagen Tschüss, bis nächsten Mittwoch. Wir hoffen, ihr schaltet wieder rein. Haut auf jeden Fall rein. Ciao.